und schon geht es hier weiter bei Gran Turismo Sport, ich muss mir echt immer Mühe geben, nicht GTA zu sagen, ja, und zwar die dritte Runde Bedienung des Lenkrads 2, mal schauen, gibt es mehr Tore als in Lektion 2 und sie stehen näher beieinander, das heißt, hier müssen wir ein bisschen stärker lenken, man sollte nicht von der Strecke abkommen und genau, vier Tore zum Ziel, so, und dann gucken wir mal, Und dann, let's go! Hm, ich vermute mal schon fast die Version. Okay. Dann machen wir die Runde zu schnell. So, jetzt haben wir jetzt mal zwei Versuche gebraucht, aber ich denke auch noch eine ganz gute Fett, dann zweitmal 11,525, Gold-Rekord erzielt. 2.000 Mücken... Ja, die haben schon mal gut gemacht. So, Stufe 1 immer noch, das war's dann für die Runde. Und dann bis zum nächsten Test. Und dann, was du, was, ich, da war's dann für mich. Ok, wenn du mich... Untertitelung des ZDF, 2020